Zeig mal, was du drauf hast. Hey, brauchen wir keine Ohrstöpsel, Schutzbrille oder irgend sowas? Nein, in der Regel geben uns die Bösewichte nicht die Zeit, was aufzusetzen. Okay, richtig. Das ist ein sehr gutes Argument. Leuchtet mir total ein. Besser ist es so wie im richtigen Leben. Ich will, dass es völlig real ist. Verstehst du mich? Ja, wie im richtigen Leben. Ja, okay. Und los geht's. Flossenhoch! Wie sagst du Flossenhoch? Flossenhoch. Flossenhoch. Okay. Weißt du was? Du bewegst deine Oberlippe nicht so stark. Ich beweg meine Oberlippe stärker, damit es nicht unfreundlich wirkt. Verstehst du? Flossenhoch. Flossenhoch. Schieß einfach. Schieß. Schieß. Siehst du, du betonst das anders. Verstehe. Fertig? Los geht's.